ja leute ich muss euch jetzt mal eine ankündigung machen die ich euch schon ein bisschen länger sagen wollte auf meinem kanal wenn man hier so ein bisschen runter scrollt ein bisschen wieder hoch scrollt da aktuelle projekte ls y w i d l manche fragen sich von euch vielleicht ja was ist das da steht für let's spring jowald in die luft das ist ein projekt was ich hatte wo ich wo wir meinen abonnenten wir schicken konnten videos schicken konnten da und ich die dann in die luft gesprengt habe die idee kam weil ich die von germlitz payment luft gesprengt hatte weil er die als download freigegeben hatte und dann bekam ich halt ja auch so ein paar welten drei stück habe ich bis jetzt aufgenommen und gesprengt was aber auch schon eine zeit her ist ein paar monate oder anderthalb monate da keine ahnung und ich weiß dass ich mittlerweile schon zwei oder drei welten dazu bekommen habe was auch schon ein paar monate her ist und was wollte ich jetzt sagen nachher das video ist unvorbereitet leute tut mir leid auf jeden fall das projekt ist es macht mir einfach keinen spaß mehr und deswegen mache ich das auch schon extrem lange nicht mehr und ich muss ich jetzt echt mal sagen der springer wird die luft ist jetzt offiziell beendet ich werde die videos gemacht habe nicht löschen wer es kommen aber auch keine neuen mehr dazu ja und dieses playlist logo hierher habe ich selber gemacht ja naja das ist nebensächlich so natürlich denke ich es sind jetzt einige die denken ach verdammt oder das finde ich jetzt voll scheiße von dem in der abonniere ich und das kann ich auch verstehen ihr habt wäre welten geschickt drei leute zumindest von euch und die ich nicht gemacht habe die welten und ich mache aber stattdessen ein letztes also ihr könnt mir eure welten dann noch schicken und schickt sie mir bitte noch mal leute weil ich habe alle welten von let's bring the world in luft habe ich alle nicht mehr ich hab die alles schon gelöscht gehabt deswegen also das neue projekt wird heißen let's show your world und ich werde in der playlist let's show your world auch dieses video ganz am anfang setzen damit alle wissen was warum dieses projekt überhaupt kam halt praktisch heißt dass wir jetzt springen aber die luft und und ich werde es in der playlist der sprenger welt in die luft am ende packen und ja also schicken eure welten einfach noch mal unter welcher e-mail-adresse weiß ich gar nicht die e-mail-adresse muss ich noch machen wie nenne ich denn die obwohl ich denke mal die meisten von euch am skype edit mit einfachen skype ich werde hier so den namen einblenden so wo mich enden könnt den namen mache ich aber noch und ich werde dazu noch extra eine e-mail-adresse machen und ich werde beides machen also ihr könnt mir entweder per e-mail an die e-mail-adresse die jetzt hier oben so eingeblendet wird irgendwo keine ahnung wo schicken oder erädtet mich in skype unter diesem namen hier der extra nur für diesen let's bringe welt in die luft ist mein privaten skype dinge das gebe ich nicht her und wer aber schlau wenn ich in skype enden würde ganz ehrlich weil bei web.de da e-mail da gucke ich nicht so oft rein vielleicht einmal eine woche oder so also es könnte dann dauermäßig eure welt schaue und es ist dazu gesagt ich werde blind machen natürlich die die let's bringe weit in die luft mitgemacht haben können natürlich hier nochmal mitmachen das ist ja kein problem nur bei denen kann ich es dann nicht mehr blind machen das müssten die dann aber verstehen dafür habe ich das video aber dann zweimal gemacht einmal gesprengt und einmal geschaut sage ich mal und ich habe keine ahnung wenn ich aufnehmen kann ja mal gucken nach vier minuten naja dachte länger ich mache auch noch mal unten in der beschreibung die links zu den beiden playlists von let's bringe weit in die luft und let's show your world und ich hoffe ihr versteht das ich hoffe ihr macht alle mit bei let's show your world es wird ein riesen spaß denke ich und die ersten beiden welten stehen sogar schon fest ja und also die welten mal gucken wer von euch die nummer drei wird also die ersten beiden habe ich schon naja habe ich nicht aber ich weiß wer es wird die wissen auch dass ich das let's show your world mache und ja mal gucken wer die nummer drei wird ne gucken wir am schnellsten ist und ich denke mal das erste video wird zu den nächsten tage kommen also wie gesagt entweder an die e mail adresse die da oben steht oder an den skype namen der da oben steht die da ist wahrscheinlich schon die ganze zeit eingeblendet sind aber egal und dann verabschiede ich mich mal von euch leute und ja shop bei let's show your world rein schickt mir eure welten ich hoffe wir haben alle spaß damit na hauptsache ihr habt spaß ist ja klar und ich denke mal bis zum nächsten mal was wir freuen euch ja ich denke mal das nächste video wird glaube ich kaiser mario sein ja ich glaube kaiser mario part 3 naja ok dann bis zum nächsten mal leute und ciao